Einem Atom wird ein Atomradius zugeschrieben, mit dem seine räumliche Größe näherungsweise bestimmt werden kann. Ein absoluter Radius eines Atoms und mithin auch eine absolute Größe kann nicht angegeben werden. Denn ein Atom zeigt je nach chemischem Bindungstyp verschiedene effektive Größe und besitzt nach den Vorstellungen der Quantenmechanik ohnehin keine definierte Grenze. Der Atomradius ermittelt sich aus dem Abstand der Atomkerne in den chemischen Verbindungen des betreffenden Typs. In überwiegend ionisch aufgebauten Systemen werden den Atomen Ionenradien zugeschrieben. Für Atome in molekularen als kovalent charakterisierten Verbindungen werden Kovalenzradien angegeben. In Metallen erhalten die Atome Metallatomradien. Zwischen den Molekülen kovalenter Verbindungen wirken van der Waals Kräfte. Entsprechend gibt es dazu die van der Waalsradien. Atomradien liegen in der Größenordnung von 10 minus 10 Meter. Der Kovalenzradius im Wasserstoffmolekül beträgt z.b. 32 p.m. Der Metallradius von 12-fach koordiniert im Cäsium 272 p.m. Zusammenhang mit der Stellung im Periodensystem. Die Atomradien nehmen innerhalb einer Gruppe des Periodensystems von oben nach unten zu und innerhalb einer Periode von links nach rechts ab. Dies erklärt sich daraus, dass innerhalb einer Periode die Kernladungszahl und damit die positive Ladung des Kerns wächst. Somit werden die negativen Elektronen des Atoms stärker angezogen. Die Verringerung des Atomradius innerhalb der Periode vom Halogen zum Edelgas lässt sich auf die besonders stabile Elektronenkonfiguration der Edelgase zurückführen. Der Anstieg des Radius von einer Zeile zur nächsten innerhalb jeder Gruppe resultiert daraus, dass neue Schalen mit Elektronen besetzt werden. Metallatomradius Kugelpackung und Bravergitter Im einfachsten Fall kristallisiert ein Element so wie in Bild 1 dargestellt. Der Durchmesser d eines Atoms lässt sich berechnen indem man von einem Würfel ausgeht, der gerade 1024 Atome enthält und dessen Kanten demnach von 108 Atomen gebildet werden. Ein Mull sind 0,6022 1024 Atome und das sind auch so viel Gramm wie die Atommasse A angibt. A 0,6022 Gramm ist das Gewicht eines Würfels mit 1024 Atomen. Dividiert man noch durch die Dichte Euro, dann ist da Zentimeter 3 sein Volumen. Die dritte Wurzel daraus ergibt die Länge einer Kante und diese durch 108 dividiert ist der Atomdurchmesser d. Beim Element Polonium beträgt das Volumen dieses Würfels 37,737 Kubikzentimeter und die Kantenlänge 3,354 Zentimeter. Daraus folgt ein Atomradius von 167,7 Uhr abends in Datensammlungen angegeben werden 167,5 Uhr nachmittags. Bei Gold stimmt das nicht mehr so genau, der Fehler liegt bei etwa 12%. Der Grund für diese Diskrepanz ist, dass Goldatome nicht kubisch primitiv gepackt sind, sondern dichter. Dabei sind in einer Ebene die Reihen der Atome um einen halben Atomdurchmesser gegeneinander verschoben, so dass sie näher aneinander gerückt werden können und die Atome der Ebene darüber liegen jeweils in einer Mulde zwischen drei anderen Atomen. Sie bilden zusammen Tetraeder. Charakterisiert man eine Reihe von Atomen durch eine Gerade, die die Atommittelpunkte auffädelt, dann ist der Abstand zweier Reihen in einer Ebene im kubisch primitiven SC-Gitter gerade D. Im kubisch flächenzentrierten FCC-Gitter ist er kleiner, nämlich D und der Abstand zweier Ebenen ist gleich der Höhe eines Tetraeders D. Aus dem Produkt der beiden Faktoren findet man, ein fiktiver Goldwürfel mit kubisch primitiver Kristallstruktur hätte ein um 2 1,41421 größeres Volumen, bzw. seine Dichte wäre um 2 kleiner. Führt man die Rechnung mit der geringeren Dichte durch, erhält man die ist gleich 288 PM oder er ist gleich 144 PM. In Übereinstimmung mit dem Ergebnis aus der Röntgenbeugung. Einfacher geht es, wenn man die Packungsdichten kennt. Ein kubisch primitives Gitter hat eine Packungsdichte von 0,523599. Beim kubisch flächenzentrierten beträgt sie 0,740480. Dieselbe Packungsdichte hat auch das hexagonale Gitter. Der Quotient ergibt wieder den Faktor 2. In der Tabelle sind Beispiele von Elementen aufgeführt, deren Kristallstruktur kubisch flächenzentriert oder hexagonal ist, zusammen mit dem Ergebnis der Rechnung und dem gemessenen Atomradius. Für die kubisch raumzentrierte Elementarzelle ist die Packungsdichte 0,68175. Hier muss die Dichte durchdividiert werden. Das entspricht auch wieder einem um diesen Faktor größeren Volumen eines fiktiven Würfels mit SC-Struktur. Beim Atrium erhält man aus der dritten Wurzel aus 22,9898. Ein D ist gleich 371,4 Uhr nachmittags und er ist gleich 185,7 Uhr abends. Gemessen wurden 186 PM. Die klassische kristallografische Methode zählt, wie viele Atome eine Elementarzelle umfasst. Diese enthält im Fall kubisch flächenzentriert Anteile von vier ganzen Atomen. Aus der Atommasse, der Dichte und der Avogadro-Zahl lässt sich das Volumen ermitteln, in dem sich vier Atome befinden, also die Größe der Elementarzelle. Der Durchmesser eines Atoms ist der Abstand der Mittelpunkt der zweier Atome, die den kleinsten in der Zelle vorkommen, den Abstand aufweisen. Sie sind entlang der Flächendiagonalen angeordnet. Diese ist vier Atomradien lang. Aus dem Volumen erhält man die Kantenlänge, die Länge der Diagonale und so den Atomradius. Mit der kubisch-primitiven Elementarzelle lässt sich die Rechnung auch für Polonium durchführen. Siehe auch, Bindungslängen in kovalenten Systemen, Lentanoidenkontraktion.